Hallo Leute, Willkommen zu der 8. Folge Willkraft Skyblock. Ich habe ja gesagt, in 2 World Games können wir alleine spielen, aber das stimmt ja gar nicht. Man kann doch alleine spielen. Wolf Franz hat mich gebeten, dass ich nicht in unserem Haus weiterverbraue. Beziehungsweise darf ich schon, aber nicht so verändern. Und in diese Folge wollte ich nicht nur die Baumfangarbeitern, das Feld vielleicht noch, und noch koppeln. Das war's eigentlich. Ja, und die Hühner, die haben schön gebeten. Schön gemacht. Ähm, das sind auch 2 reißen Dinge. So, da. Das ist 4. Also können wir los. Du da. Du und die da. Und wo ist Part 3? Du und die da. Okay. Die da. Oh. Oh. Oh, sind die nächste. Und die da. Du machst nicht hier halt so. Äh. Äh. Wir haben nur noch. Okay. Ne, das ist nicht weitergebrochen. Ja. Also. Farbbutton. Zum Glück. Also. Warum vom Weiterbauen. Warum vom Ausbauen. Okay. Die R. habe ich. Und ich wollte ja irgendwie 2 Point machen. So. So. Und. Ich. Nee. Doch. So. Okay. Und komm. Da hast du mir jetzt hier hin. So. So. Ich muss doch noch eins hin. Ja. So. So. Und. Zack. Zack. So. Okay. Oh. Das kann ich nicht lassen. Aber wie weit. Äh, dann... Zack. Zack. So. So. So, jetzt noch zwei Erde. Perfekt. Äh, jetzt perfekt. Oh, ein Baum ist gewachsen. Oh mein Gott. Oh. Das war auch grad ein Oh mein Gott. Sie soll ja noch Wasser hin. Also... ...muss ich das ja freilassen. Ähm... Ist so genug. Nein. Ach. Ähm... So... Okay. Einmal hab ich... Achso, ich hab' neun Skins. Ja, ja. Wie findet ihr? Habt ihr's in die Kommentare? Nee. Hab ich aus einer Vorlage... Vorlage gemacht. Punkt. Hm. Hm. So. Ich weiß nicht, kann ich mal... Komm nach. Und auf Miloten. Aber so bin ich mit welchen Atem. Nö. Wie immer. Okay. Okay. So. Zum Leiden. So, meinte ich. Ähm. Oh, nee, oder? Doch. Nee. Okay. Okay. Ach, manchmal pack das hier in Minecraft. In Minicraft. Das ist ein Block. Okay. Dann. 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 Nein. Ups. Ähm. Keiner hat's gesehen. Doch, das Loch hier. Keiner kann's bezeugen. Ihr habt keine Zeugen. Eigentlich doch. Aber... Pssst. Ähm. Na, komm hier. So. 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 Hier. Da. Zack. Da. Tra. Ma. Und. So. Eigentlich... Eigentlich ist es hier nötig, äh, nicht nötig, Wasser zu machen. Aber... Aber ich glaube, dass es hilft. Weil bei mir wachsen, seitdem ich das hier mache. Ich war mir schneller als andere Bäume. Ohne Wasser. Hm. Da steh ich nicht. Hm. Okay, da noch. So. Und... So. Immer noch nicht. Okay. Aber jetzt aber. Los. Okay. So. 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 Where is he up with you? das war jetzt eine flasche ich will es ja synchron halten also muss ich das muss ich diese ecke bekommen und da ist mal so kann ich noch eine so 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 So. Jetzt sollte ich noch die Bäume fällen. Okay. Okay. Zum Glück sind das nicht so große Mammutbäume. Die hasse ich. Am meisten. Wenn man vom Teufel spricht. Ich mach jetzt mal die kleinere Lieder. Komm. Okay. Und der nächste. Ich tue mal. Okay. So. Oh. Warum musst du so entstehen? Baum. Ah, diese Frau habe ich noch nie gesehen. Ein Kreuz? Hm. Scheint wohl selten zu sein. Egal. So. Keine Axt hier. Das kann auch nicht angehen. Doch. Keines. Apropos für den Zaubertisch. Hm. 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 Da gehen wir rein. Jo. Okay. Okay. Jetzt haben wir den Zaubertisch. Und Max. Und jetzt kommt der Vizenz drauf. Gut. Das, äh, das macht, dass man, äh, ja, diese Dinger hier schneller abbauen kann. In diesem Fall Eichenholz. Oh mein Gott, wie groß ist denn? Okay. Bisschen groß geraten, ne? Oh, sieh nicht. Hm. 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 Okay. Dann sollte ich lieber den Start machen. Oh mein Gott, wie viel... Ding hat er hier? Ups. Hm. Oh mein Gott. Ähm. Wo bin ich? Wo bin ich? Voll bagie hier. Wo bin ich? Frage... Frage des Tages. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott. So viel Holz. Oh mein Gott, ich bin. Wie bin ich? In der Zuchweb. Der hat einen Monat. Ohhhh Ups Ach man Oh Ah da Noch einer gewachsen Da muss doch irgendwie was sein Ah da oben Sie gehen ihn auch? Hm ach man Ja Ach man Okay aber jetzt aber sollte er jetzt Gehen theoretisch eigentlich Okay Gut ich dachte er wäre ein Zombie Ja So und General Let's Play hat vor 31 Minuten Geburtstag Ich hätte so Glückwünsche meine Ehe Nein sei leid Äh Meine Glückwünsche Hm So noch Oh eigentlich ist hier mal was gewachsen Hm jetzt hier noch ein bisschen cool Ich weiß nicht Ich weiß nicht warum es nicht funktioniert Wird noch ein Loch reingemacht Hm ja Das wird lange dauern bis es weg geht Schöne Guck So Hm Hm Verstehe ich jetzt nicht mehr Hä? Bin ich jetzt in die Dunmutter so? So, wo wir jetzt... Oh. Ja. So, hier ist eigentlich richtig. So, hier muss ich hier aber noch mal sitzen. So, hier muss ich hier aber noch mal sitzen. So. 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 Ah, jetzt. Okay. So. So. Oh, Franz ist sowieso... ... anders. Jetzt mach ich nächste Folge. Weg. So. So. Nein, da ist schon eins. Ups. Tut mir sehr leid. Hier. Da findet mir noch eins. Wir müssen... ... die... ... das hier. ... 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